Manche Menschen denken, dass Macs keine Malware bekommen. Tatsächlich werden jedes Jahr mehr und mehr Mac-Viren entdeckt. Und jeder fünfte Mac soll potenziell unerwünschte Programme enthalten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Mac gehackt oder infiziert wurde, gibt es einige Dinge, die Sie tun könnten. Aber zuerst, was sind die Symptome? Der Mac wird plötzlich spürbar langsamer oder bleibt regelmäßig hängen. Auf Webseiten wimmelt es vor Werbung. Unerwartete Mac-Abstürze oder Apps, die von selbst starten. Der Browser installiert automatisch verdächtige Updates. Klingt das nach Ihrem Mac? Okay, das können Sie tun. Schritt 1. Aktivitätsanzeige öffnen Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Ihrer Apps ein Virus ist, müssen Sie die App schließen und dann alle zugehörigen Systemprozesse beenden. Öffnen Sie die Aktivitätsanzeige. Geben Sie den Namen in Launchpad ein. Suchen Sie unter Prozessname die problematische App. Klicken Sie auf die X-Taste, um den Prozess zu beenden. Schritt 2. Suchen Sie in Ihren letzten Downloads schnell nach infizierten DMG-Dateien. Öffnen Sie Ihren Download-Ordner und geben Sie DMG in die Suchleiste ein. Der potenzielle Übeltäter könnte eine kürzlich heruntergeladene Datei sein. Sehr oft ein Plug-In oder ein Media Player. Löschen Sie alle in Frage kommenden Dateien und leeren Sie den Papierkorb. Weiter. Führen Sie einen kostenlosen Malware-Scan durch. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Anti-Malware-Lösungen. Sie haben schon von vielen davon gehört. Vor allem von Malwarebytes. Aber nur sehr wenige dieser Apps befassen sich tatsächlich mit macOS-spezifischen Viren. CleanMyMac X hat ein Antivirus-Tool und ich fand es eigentlich ganz gut. Es ist eine kostenlose Version verfügbar. Der Link ist in der Beschreibung. Mit der kostenlosen Version können Sie einen Malware-Scan durchführen und sogar eine Viren-App löschen, wenn Sie eine solche findet. Okay. Starten Sie CleanMyMac X und klicken Sie auf Malware-Entfernung. Lassen Sie den Scan durchführen. Diese App sucht nach sogenannten Backdoor-Viren, Crypto-Mining-Software und Keyloggern. Hoffentlich hilft es Ihrem Mac. Browser-Erweiterungen entfernen Apple führt einige Browser-Erweiterungen als potenziell schädlich auf. Dazu zählen Amazon Assistant von Spygott Slick Savings von Spygott Flashmail Cinema Plus Es gibt noch hunderte andere. Öffnen Sie nun Ihre Browser-Fenster und sehen Sie alle Ihre Erweiterungen durch. So funktioniert es bei Chrome. Öffnen Sie Chrome. Klicken Sie auf Fenster in der oberen Leiste. Klicken Sie dann auf Erweiterungen. Hier können Sie alles löschen oder vorübergehend deaktivieren, was auf Ihrem Browser hinzugefügt wurde. Sehen Sie Ihre Erweiterungen durch und löschen Sie alle verdächtigen Erweiterungen. Hier kommt der nächste Tipp. Überprüfen Sie Ihre Anmeldeobjekte. Die meisten Adware oder Spyware wird versuchen, sich in die Autostartliste Ihres Macs zu schleichen. Aber Sie können sie davon abhalten. Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen. Wählen Sie Benutzer und Gruppen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Benutzername hervorgehoben ist. Öffnen Sie den Tab Anmeldeobjekte. Verwenden Sie nun das Strichzeichen, um alle verdächtigen Apps zu deaktivieren, die Sie finden. Die gleiche Vorgehensweise können Sie sogar noch einfacher mit CleanMyMac X durchführen. Aber darüber hinaus gibt es noch eine weitere Sicherheitsebene. Wenn Sie CleanMyMac X öffnen, gibt es einen Tab mit dem Titel Erweiterungen. Klicken Sie also auf Erweiterungen. Dort können Sie andere Hintergrundprozesse finden, die auf Ihrem Mac laufen. Ich empfehle, Ihre Internet-Plugins und Einstellungsfenster zu überprüfen. Wenn etwas Verdächtiges angezeigt wird, entfernen Sie es. Okay, das war der letzte Tipp für heute. Ich hoffe, Ihr Mac bleibt virenfrei und in einem guten Zustand. Bis dann! Bis dann!